Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Outriders. Im letzten Part haben wir den Bunker abgeschlossen. Und wir sollten die Schlüssel wirklich verstecken. Dass da eine Bombe drin war bzw. Raketen ist nicht so toll. Haben wir eigentlich für den Truck noch irgendwas neues vorgeschaltet. Nur mal so. Sieht nicht danach aus. Banner. Kann ich noch ein bisschen verändern. Ach nee, lassen wir die Ellipse. So. Und dann geben wir... ...die anderen Missionen noch ab. Äh... Geben wir zuerst die in Lüftown ab. Waren wir ja schon ewig nicht mehr drin. Und dann start... ... 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 Vielleicht sogar von Urentenwohnern. Oder von noch mehr Monstern. Das könnte auch sein. So, da haben wir noch was zum Abgeben. Ja, ein Wendigo. Gar nicht mal schlecht. Weißt zwar noch immer nicht, was der Unterschied ist zwischen den drei Köpfen da. Du weißt, die Monster werden sich nicht von selbst Zielen. Da wir da quasi dreimal eine Brutmutter erledigt hatten. Ich bin echt froh, dass der Raketen beschädigt hat. Und wir bekommen zwei Klassenpunkte. Okay, die nehme ich gerne. Kann ich eigentlich auch was anderes noch skillen? Ja, schon mit Scharfstützen benutzen wir nicht. Ich bin schon für die erste Kugel, die du nachdem nachher... Ne, das zahlt sich nicht aus. Stoßverstärker. Äh, weiß ich nicht. Schadung, fünfte Mal eine jährliche vorgesächte Schadung. Ja, okay, das ist eigentlich dumm, wenn man das macht. Darf ich hier noch? Das könnte nützlich sein. Äh, erhöht den kritischen Schaden auf 15%. Und... Jeder sagt, seine Ehrlichkeit ist nur 40% tiefer, was haben wir hier noch? Halbkastrate der Geschützturms. Ah, nee, voll mit. Äh, kann sich ja nur auszahlen, zeig ich mal so. So, ähm, räume ich mal schnell Sametar auf. Beziehungsweise gebe alles, Sahidi. Äh, ist so ein Glück, dass sich die Dialoge immer wieder wieder überholen. Oh, okay, da haben wir sogar noch was Gutes, was ich mir ausrüsten möchte. Die Wirkung hohe Strahlungsdosen noch verändert haben. Ja, so ein Glück, dass wir hier nochmal alle Ausrüstung sehen. So, dann haben wir auch gleich die ganze Ausrüstung. Eingeschrottet. So, die kann ich ja nicht mehr aufstufen, die ist auf Maximum. Maximum, die könnte ich aufstufen, kostet das. Ein bisschen was kostet. Varianten kann man ja nicht tauschen. Aber ich könnte hier noch ein bisschen was verändern. Äh, 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 ne. Das weiß nicht aus, das könnte sich aufzahlen. Anomalie Wogen brauchen wir eigentlich auch nicht. Nehme ich lieber Claimor noch mit. Und, ja. Bei den habe ich ja eigentlich nicht zu fragen, drei. Hm. Eier, äh, 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 äh. Wann haben wir irgendwas was ich nicht brauche. Ja okay das brauche ich nicht, die Nahkampf, Abklingzeit, kann ich so tauschen. Ne, das lasse ich mal so. Und dann reisen wir zurück zum Tor und machen die Hauptmission weiter. So was fehlt uns jetzt hier unten eigentlich noch? Eigentlich nur noch die vier Historiker und die drei Jäger Mission. Kopfgeld haben wir schon erledigt. Jetzt muss es noch irgendwo ein paar Monster geben. Dafür halt keine menschlichen Gegner mehr. Ist ja auch was schönes. Halt, bis auf jetzt Storyhandlung halt, da haben wir noch menschliche Gegner. Dann vielleicht dann noch Missionen dazu kommen, da hätten dann auch vielleicht noch menschliche Gegner. Aber ansonsten haben wir nur noch Monster zu erledigen. Oder halt bei der hohen Historiker. Da ist auch 50, 50, dass das oder das sein kann. Ja okay. Auch egal. So. Mal schauen, wie die Story jetzt weitergeht. Hey Chana, ist Bailey noch bewusstlos? Dass wir unterwegs sind, hilft nicht gerade. Ich weiß ja, dass es keine Entschuldigung für das gibt, was sie getan hat. Hört sich an, als würdest du es entschuldigen wollen. Also, Bailey war genauso Corrigans Sklaven wie ich. Er hat sie etwas besser behandelt, aber er hat unsere Gedanken über Jahre vergiftet. Du hast nie versucht, mich zu töten. Sag Bescheid, wenn sie wach wird. Ja, stimmt. Hat sie wirklich nicht versucht. Ob es es jetzt besser macht, ist eine andere Frage. Mal schauen, dass wir hier die Gegner aus dem Weg räumen. Ah, das ist gar nicht gut. Ob ich das so lange zum Nachladen... Das war doch... ...nur normale Ruffe und kein... ...LMG. Okay. Hoppla. Ah, ich glaube einfach nur, dass die Waffe langsam zu nachladen ist. Das ist hier oben noch irgendwas Interessantes. Kann ich schon von hier kommen? Ne, natürlich nicht. Hätte ja sein können... Oh, ich bin jetzt gerade zu ruhig. Ah, wie gesagt, zu ruhig. Oh... Nein Oh, ich bin jetzt flexibel. Lass sie ja liegen Oder auch nicht So muss doch wieder eine Brotmutter sein Kann es nicht einfach ein normales Monster sein? Nein, natürlich nicht Verdammte Brotmutter Zurück lässt sie sich einfach zu erledigen Okay, ist auch noch rumgestanden Hier wird es auch nicht schwierig So Dürfen wir jetzt endlich zu dem Tor Was ist das auch immer mit dem Tor auf sich hat Wahrscheinlich nichts, was man anfassen sollte Naja, natürlich Fass sie mir so an Das war auch einmal auf die Stimme Die war wieder ein paar Monsteraufscheuchen Ganz toll, dann kriege ich ja wieder mal Hab ich auch nicht vermisst Vor allem nicht, wenn ich kurz vorm sterben würde Ah, verdammt Dann bleib mir mal bei der Pistole vorher erst Dürfen 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020